Hallo und so Leute, zu einer weiteren Folge TTTFan. Heute mit Alive. Sie läuft einfach straight an mir vorbei. Okay, mit Alive, Jan, Molly, Dams, Sepp, Sky und mir, den Jörg. Guten Tag. Hallo. Die Tür ist zu. Die ist zu, die Tür. Sie läuft straight an mir vorbei. Das war mega weird, weil jeder so skeptisch sich direkt so umguckt. Okay, wer ist um mich rum? Erstmal alles abchecken. Und sie läuft einfach straight gerade außer mir vorbei. So als wäre es nicht. Confirm, Traitor. Ja, war im Shop oder so. Ja, immer. Ah, biete nicht ein, biete nicht ein. Alter, das ist mein Büro. Das ist mein Büro hier. Ich würde gerne in die Kerstine. Mein Büro. Ich bin der Chef. Ist die Map, der ich tatsächlich nicht kenne? Geil. Die Map ist halt ein Nachbau von Fallout. 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 Fallout, äh. Fallout? Ja, man. Fress dir das. Geil. Welches Fallout war denn? 100? Hallo. Jetzt kommt mit der Shotkanäle erstmal. Nicht das Neueste, sondern das davor. Live. Hallo. 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 Ne, ne, ne. 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 Genau, Geburtstagsfeier. Der Kuchen steht ja auch da. Setz dich da hin, hier hin. Hier hin. Hier hinsetzen. Boah. Ich bin der Chef, ich bin der Lehrer. Also Waffen und Muni gibt's ja auf jeden Fall hier noch, ey. Ich weiß nicht warum man bei Fallout damals so Probleme hatte hier in dieser Scheiße. und nur so ne Scheiß, so ne Luftfeuer. Luftfeuer. Ja, das Ding ist Kacke. Sepp, was ist das? Sepp, ich weiß nicht was es ist. Sepp, ich weiß nicht was es ist. AAH! AAH! Was ist denn? Was ist denn? Hat irgendjemand? Ja. Ja, okay. Das ist ein schönes Gesicht, alter. Danke. Oh mein Gott, was war das? Boller wahrscheinlich auch. Guck ich einfach so, zwei so hohe reinigst du, okay? Die anderen sind gerade. Wo war's? Seid ihr denn? Warte, komm ich mal bitte, komm ich mal bitte, komm ich mal bitte. Okay. Ich denke, ist der Futter von meinem Eingang. Ja. Ich will nicht Sidekick werden. Nein, nein. Schieß mal bitte damit. Okay. Aber nicht auf mich, schieß. Okay. Nö. Alive, wenn ich schieß, töd ich dich. Ich bin Dete. Oh ja, okay. Aber was ist, wenn ich dich abschießen will? Dreh dich weg, drei, zwei, eins. Das sitzt doch so komisch. Fuck! Ich hab doch gesagt, dass ich wegdrehen will. Ah, Alive war Jack. Traitor. War Traitor? WTF? Ich dachte, das wäre Jack. Ich dachte, das wäre Jack. Einer wollte ich Jack. Viel Spaß. Ja, ich verpiss mich. Also, ich hab nix mal mit der Mood. Ne, Leute. Hey Dete, ich hab dich gecallt. Kommst du mal nach. Hey Dete, komm mal her. Hier liegt was für dich. Geh mal ganz in Ruhe dran und guck, ob Punkte drin sind und bleibt ganz doll stehen. Hier ist ein Navy Launcher, aber ich kann nicht mitnehmen. Was? Der ist leer. Nein, der ist voll leider. Egal, wer ihn findet, soll er mit Spaß haben. Viel Spaß. Wo bist du? Wo ist Navi? Wo ist Navi? Kann mich nochmal zur Leiche callen, bitte? Ja. Nein, ich weiß noch nicht. Übrigens, ab jetzt, ab jetzt, ab jetzt. Jeder, der eine Diegel in der Hand hat, wird von mir geschottet. Also, easy, easy. Weil der denn ein Navy Launcher sein könnte. Achso, ich wollte mir, ich wollte mir den holen und dich jetzt protecten damit. Kannst du machen. Wer war denn jetzt? Wer? Moller. Moller ist es? Hä? Wilian, kannst du denn callen? Josch, da, 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 Josch. Hier. Okay. Und jetzt töten wir, töten wir. Die Waffe töten wir, Moller. Din, 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 din. Hä? Hier war ich noch nie. Sky, lebst du noch? Nein, oder? Nein, Sky ist tot. Wo bist du hin? Nein. Warte, ich komm wieder hoch. Ach, hoch, du bist, okay, okay. Ey, ich komm wieder dahin. Okay. Ich hab einen Schuss. Ja, das wirst du wohl treffen, oder? Einen Schuss und er muss zuhören. Ich hab einen P90, also alles easy. Ah, okay. Damit, damit, damit mach ich alles weg, was auf drei Meter mir näher kommt. Oh, ist denn hier? Oh, arbeitet mal ein bisschen. Oh, ich hab hier ein Megafonfahrer, meine Damen und Herren. Hier spricht er Commander. Da. Wir danken dem Aufseher. Du bist ein toller Typ. Kann hier was hier machen? Ich hab einen Hebel umgelegt. Oh, warte, ich drück auf. Ich hab keine Ahnung was. Ich hab auch umgelegt. Geht die Tür nicht mehr auf? Scheiße. Nein. Ey, genau. Nein. Nein. So, ob ich mich irgendwo verstecken kann. Ich versuch's. Schnell, schnell, schnell. Wir jagen jetzt. Ich glaub, der ist nicht auf dieser Etage. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Ach, Mann. Hallo? Unter der Treppe ist er auch nicht. Hallo? In dem Loch ist er auch nicht. Das wär so lustig gewesen. Jetzt auch hallo. Und dann steht er da. Dreht ihr den Arsch noch so zu? Ja. So. Okay, er kann nicht crouchen. Okay, er kann's natürlich. Pass auf, Dieter. Er kann nicht crouchen. Das ist deaktiviert beim Deckel. Oh. Naja, gut. Da sieht ein bisschen der Massaker aus, wenn ich ehrlich bin. Massaker. Da legst du ihn nieder. Massaker. Ist er, kann man dahinter? Du hast dich da durchgeglitscht, so wie ich. Ah, warte. Ah. Schieß, schieß. Ich weiß, wo er ist. Auf dich oder hoch? Äh, auf mich. Ha! Oh! 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 So. Ah, dann halte ich davon. Ah. 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 Alive, du hast mich eben nicht schon gemacht. Als ich gesagt hab, zeig mir dein Gesicht. Und ich guck Alive ins Gesicht. Plötzlich sehe ich zwei so Röhren auf mein Gesicht. Ich so, okay. Alive ist so shot. Ich so, okay. Jetzt bist du tot. Aber, aber wer, wer meckert denn? Also, jetzt mal, wer ich jetzt ja gewesen? Und wer ist der Sidekick-Waffe gewesen? Wer hätte denn da gemeckert? Ich mein... Ich will nicht Sidekick werden, Alter. Ja, hallo? Aber wer hätte da trotzdem gemeckert? Keiner, keiner will Sidekick werden. Und Josh hätte dich auch weggemacht, wenn du so gehandelt hättest. Ja, ja. Aber wer, wer... Also... Also, ich bitte dich. Wer hätte denn da bitte gemeckert? Ja, ich bin lieber Deta als... Äh, Sidekick-Waffe! Äh, geh weg damit! Tch, wirklich. Ich war glücklich. Da hätt ich mal wenigstens was zu tun. Komm, ich hab dich eben zum Sidekick gemacht, also bitte nicht traurig sein. Aber ich bin jetzt traurig, weil du nicht mein Sidekick sein wolltest. Ja, aber nächstes Mal. Ne, da hochst du auch immer von mir ab. Das ist immer so. Immer rennt ihr weg. Immer. Nein. Ihr könnt euch nie in der Wahrheit stellen. Nie. Aber jetzt bin ich inno, jetzt kannst du dich gerne zum Sidekick machen. Ja, ne, jetzt bin ich auch inno, es lohnt sich nicht. Na toll. Ich bin auch inno. Ja, nein, Josh, das kauft dir keiner ab. Echt so. So, ne, ich hab nur Molly die ganze Zeit protected. Ja, und? Ja, das ist ja egal. Also, das könnte jeder sagen. Ich hab abgewartet, wenn jemand auf Molly geschossen hätte, wenn ich um die Ecke komme und so BAM! Ja, das ist... Würde ich als Traitor oder als Jagger aufsagen? Ich bin da hinten, in diese Tür da hinten, ne, kann man nicht rein. Hier, diese Tür. Nuka-Cola? Ne. Ja, das ist vielleicht ne Traitor-Tür, ich weiß es ja nicht. Keine Nuka-Cola, Molly. Hallo, Sepp. Sepp, Sepp! Sepp ist echt lol. Was? Lol. Rauffel. Sepp, oder? Geh du vorher. Geh, 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 geh. Dann sag mir jetzt mal rechts oder links. Moment, Moment. Ist fast tot, ist fast tot. Warte. Ich hab ihn erwischt. Ich bin fast tot. Warte, es kann sein, dass hier gerade irgendwo... Jan und ich sind... Was ist die andere Person? Hier war doch gerade eine vor uns. Ich hab mich voll auf, äh... Ja, die Person in meinem Deathgrip. Ja, war der da... Ja, zusammen mit nem TE im Deathgrip gewesen. Okay, dann ist Jan wohl cool. Da liegt was, was ist das? Da liegt was, was ist das? Bleib mal ruhig. Oh, Alter, was ist das denn? Ich hab ne Deathgrip. Habt ihr die jetzt beide gemacht, oder wie? Ja, wir haben die gemacht. Wir müssen Deathgrip holen. Wer war der andere? Ich bin auf dem Weg. Was ist das denn da? Achso, was soll... Vorsteckse. Hä? Da war ja nicht gerade noch eine Leiche, oder sind da beide? Das ist nur die eine. Hä, aber hier war doch gerade noch einer. Hä, wo willst du denn noch eine herhaben? Hä, nee. Hä, war hier nicht gerade noch eine Leiche hier? Da, steht Appa. Da, Appa. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah, ja. Denke mal. Warte mal, warte mal. Was möchtest du denn haben, Josch? Flexibel. Ja, 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 ja. Wir müssen ja gerade sagen. Mach was Schönes. Ja, bin ich flexibel. Ja, bin ich flexibel. Ja, bin ich flexibel. Was passiert eigentlich mit der Side-Gegang, wenn das nen... Inno... Boah, 9.990 Damage macht das Ding. Okay, danke für die Anzeige im Comic-Stil. Er wird halt woanders respawn. Tee war das. Ah, stimmt. Jekyll war ja schon... Ah, okay. Es würde mich ja interessieren, was passiert, wenn du halt als Inno oder Tee oder was auch immer... Aber du hast noch einen Schuss, oder? Ich hab noch einen. Okay. Aber okay, jetzt verstehe ich auch, dass man definitiv stirbt von dieser Waffe. Oh, ich dachte... Ne, da kommt keiner. 9.900 aufm Körper ist halt schon... Aua. Tut... Tut weh, tut weh. Tut weh. Dezent. Ey, ist auch ne schöne Shotgun. Ich hab ne normale. Wir müssen unsere Spuren verschleiern. Ah, jetzt wieder hoch. Bisschen verwirrend ist die Map, ne? Brauchst du, glaub ich, als... Ja, weil viel auch gleich aussieht, ne? Ist halt... Alles verwinkelt. Warte mal, kriegt der Binia. Wichter? Moment. Ne, doch nicht. Wow. Okay. Oh Gott. Du fliegst bei mir. Ja, ich stehe ja verkannte. Ach so, am Rand. Ja. BTF. Da stirbt man übrigens, wenn man da runterläuft. Das hab ich... Als wir Probe gespielt haben, die Map. Oh, ja. Hab ich mich da mal runter. Und wir schauen... Wir sind unten. Ja, ich bin in den Kreis gelaufen. Oh ja, wir sind unten. Ja, ich bin in den Kreis gelaufen. Warte, ich lebe da lang. Ey, ey, ist oben. Ist oben. Ach so, es gibt Traitor-Gänge hier. Das ist ja interessant. Ja. Obwohl die nicht jetzt so wirklich genial sind in irgendeiner Form. Genau. Jetzt sind wir nicht mehr ganz unten. Wir waren gerade noch im Dingsraum. Ne, jetzt sind wir so... Gotti! Vorm Mittel so. Gotti! Oh, okay. Passt doch los! Wir sind bei Sky. Hey! Oder? Ne. Ne. Wir haben ja verboten, ein zweiter Second Chance zu kaufen. Selbst wenn man kann. Keiner von euch ist oben in den Raum reingegangen, ne? Oh, was zum Raum? Ey, wir sind relativ lange rumgelaufen. Weil, wenn du dich jetzt hier noch auf der Map vorcamps, ist es langweilig, ne? Wo ich das erste Mal gestorben bin. Da liegen halt drei Leichen drin, ne? Achso, war er... Einer von euch geht da rein und das mit Lemonmine. Ah, das war das, wo wir gucken wollten. Wo auch der Call war. Wieso wirst du dich töten oder? Ah, da warst du schon da. Deswegen waren wir schon abgelenkt. Bitte. Ja, das war halt gut wie ein Lacki. Wäre einer von euch da reingegangen, hätte die Lemonmine gechiggert und dann... Ah! Das war gut, dass wir nicht hingegangen sind. Bei mir war es echt ärgerlich. Ich hatte mir gedacht, das läuft ein bisschen smooth, weil ich hab mir gedacht, er wird sich schon nicht beklagen, wenn ich ihn treffe. Aber das Problem ist... Hast du mich nicht getroffen? Was ist das heiß, ne? Ne, das Problem war, ich hatte daneben geschossen. Hier ist übrigens selber drin, deswegen... Ähm, wo da ist drin. Und da hast du... Wie gesagt, das gab es nicht so. Okay. Ja, das war die... das war die Priest... das Priest-Teil. Wer schießt hier? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass Jan, sein Traitor-Kollegen, wird auch geholfen. In dem Moment, wo Sepp um sich im Ball hat, ich reagiere nicht, bin ich proven. Ja, das stimmt schon, aber du hättest ja daneben schießen können, so... Naja... Ähm... In dem Moment war mir klar, Sepp ist Jackal, also muss ich nicht... Alter... So oder so. Und dass dann halt Sky drauf geht, ist ein bisschen anlapplich. Bisschen Glück, klar. Aber verschillt aber immer, ne? Oh, so gemein, Sky. Nein, kann ich zu. Nein, Sky. Schade. Das geht weg, Alter. Wegen dir bin ich schon so oft... Bist ein Mad-Kit oder sowas, ne? Ja. Sky, lass kuscheln! Warte, 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 mag ich das Ding? Ja. Hey Sky! Das ist ne Impfung! Warte, ich kann's loslassen. Was ist das? Was ist das? Das ist einfach... Stimpack! Nee, warte, das... Warte, genau, das Ding ist, äh, das... Wie heißt das nochmal? Das ist mir leider... Ja, da konntest du auf jeden Fall das... Hä? Man kann nicht ja hängen bleiben. Das war Stummin' Up, glaub ich, oder sowas. Ne, Stimpack! Das ist das Ding... Oh, die Spritze ist das Stimpack. Das Jetai ist das andere! Das Jetai ist das mit dem Griff! Ah, ja, genau! Genau, das war das. Wo Boost gibt. Ja, genau. Oh, da wurde aber jemand angeregen. Wurde angeschossen! Äh, Molly, 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 war's! Molly! Molly! Molly, was? Ich mach mal Molly auf Kill... Ich explodiere gleich! Und ich mach mal Josh auf Missing... Und ich mach mal Sepp auf Missing... Ich will nicht explodieren! Nein, du ist doch nicht! Ich gehe vor einigem nach Sinn! Hä, wie soll ich? Ich explodiere Sinn! Ach so! Hä? Okay, ich lebe! Sepp ist dann... Ich dachte, ich explodiere! Ich dachte, ich explodiere! Ach so, Sepp ist da! Wieso bin ich vibriert, ey? Also aus meiner Sicht ist Sky oder Alaska. Also Sky oder Jan noch, in meinen Augen. Aber gut. Naja, ist so... Kann ich hinabschießen? Nee, nee, Katzen nicht! Oh! Oh, ja... Okay! Hey, Mann! Wieso sind wir alle so schnell? Ach so, du bist gar nicht Detective, okay? Hä? Ich bin geswagged worden, nice! Oh, ja! Ich pack drum! Okay! Okay! Was war das? Hä? 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 Was? Was? Was ist denn das? Hä? Sky ist es auch nicht! Jan und Sky ist es nicht? Dann ist es doch... Was? Dann ist es Sepp! Hä? Dann muss es ja Sepp sein! Kann es nicht sein! Moller lebt ja noch! Moller lebt ja noch! Moller lebt ja noch! Sorry! Flanke! Sorry! Meine... meine... meine Detective Skills! Was? Was? Sepp ist echt? Sepp ist es wirklich? Sepp ist es wirklich? Und die waren zusammengeblendet... Oh shit! Oh shit! Oh, bitte! Hä, wieso war Sepp denn proven? Warum habe ich Sepp denn proven gestillt nochmal? Ja, keine Ahnung... Auf mich wurde geschossen! Ich habe vibriert! Ja... Ja, ich dachte echt, dass... Nur gut, dass jeder vibriert! Egal wer angeschossen wird! Es vibriert die Person... Also ausgehend von der Person aus vibriert ist... Also... Niemand neben dir sagt... Ach so! Ich dachte erst echt, ich habe Sepp gedroht und dachte mir... Oh scheiß! Oh nein! Oh nein! Dabei habe ich echt nie versucht so zu ziehen! Ne äh... Ich war... deswegen... Ich hatte... Ich hatte übrigens mal wieder... mir eine Second Chance gekauft, die ich wieder nicht getriggert habe... Ja, bei mir auch! Second Chance ist ja auch nicht so erfolgreich! Es wurde ja genervt! Außer... 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 Wieso trotz... Hä? Hä? Ich habe... ich habe heute auch noch keinen Revive bekommen als... Also ich kriege immer nur dann... Ich kriege immer nur dann... Ich kriege immer nur dann... Revive, wenn ich äh... Gar keinen getötet habe... Aber wenn ich mehrere getötet habe... Aber wenn ich mehrere getötet habe... Jaaa... Manchmal! Ich kriege den Revive, wenn es unnötig ist... Weißt du? So ganz am Ende... Wenn man sowieso zu zweit ist oder so, ne? Hey... Okay... Okay... Hey... Magst du die Waffe hier haben? Na hey... Ich bleib bei meiner Schotka! Und ich bleib bei meiner Sniper! Was kann ich gut schon tun? Ja, ihr beiden... Ja, ist okay... Versteh schon... Wollen wir kuscheln? Wollen wir irgendwo kuscheln gehen? Ich versteh schon, ihr beiden... Keiner tut jetzt... Oh leider... Unten ist ein Rollen... Da könnt ihr gerne mal reingucken... Ich versteh schon, ihr beiden... Ist geil... Ja... Lass uns kuscheln... Ihr beiden Gripper Boys... Hallo Jan... Ja... Ja... Hallo Jan... Hallo Jan... Hallo... 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 Ja... Wenn ich dich abschießen wollte... Du hast nichts gesehen... Ja... Nein... Ich glaub... Du hast ihn wirklich nicht dran... Ich hab's echt... Ich hab's echt nicht... Ich weiß echt nicht... Ich hab's echt nicht... Ich hab's echt nicht... Ich hab's echt nicht... Ich hab' der Weitere rumlaufen... Moly bist jetzt in der Schule. Au, Jan 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 Jan. Du bist ziemlich schön. Ja, das war Moly lang. Oh, Toms. Das war unter uns. Ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Ach, der hat noch Punkte gehabt. Sky. Keine Ahnung. Wie ist Sky? Nein, der Trader. Wer hat den Kill gemacht? Sky selbst oder wer war das? Ich habe ihn kill gemacht. Sky selbst. Ich habe gerade überlegt, auf Sky hinterher. Life ist hinter uns übrigens. Moment, stopp, warte, 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 warte. Moment, wir sind alle hier. Ihr drei dürft euch gerne untereinander abknallen. Macht bitte mal. Wir sind alle hier und wir verziehen uns. Gibt es jetzt aber einen Jackal? Aber Sepp, aber... Es gibt es einen Shinigami schon, oder? Ja, Shinigami und Jackal haben nichts miteinander zu tun. Ich könnte theoretisch... Ich könnte theoretisch... Traitor sein, das stimmt. Ja, ja, du könntest... Ah! Alive! Ja, Sepp und Sky wurden gemacht von Alive. Okay, also... Alupfe. Okay. Okay. Also wegen dem Wiederbeleben, halt kam der Delay. Okay, ich bedanke mich für's Zuschauen dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal. Nice trail live! War wirklich knapp. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao! Ciao! Ciao, ciao! Ja.